Servus, ich grüße euch zu diesem neuen Asphaltsüchtig.de Video, in dem es heute um euch geht. Ja, servus nochmal. Asphaltsüchtig.de Video Nummer 36, das letzte im Jahr 2018. Und wie das zum Jahresende so ist, ist es natürlich auch an der Zeit mal anständig Danke zu sagen. Und dieses Jahr habe ich dazu sogar mehrere tausend Gründe. Denn wir haben es vor kurzem geschafft, auf Facebook die 3000 Likes und Abonnenten zu knacken. Hier auf YouTube sind es inzwischen auch schon über 1100, also weit über 1000 auf jeden Fall. Und das macht mich natürlich zum einen sehr, sehr stolz und zum anderen extrem dankbar. Denn ohne euch wäre diese ganze Geschichte natürlich nicht möglich. Dementsprechend vielen lieben Dank. Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich euch mit den Inhalten, Artikeln und Videos hier ein bisschen unterhalten kann. Und besonders freue ich mich natürlich auch über den regen Input und das Feedback, das ich von euch für die gesamten Inhalte und die Themen etc. bekomme. Genau darauf ist dieses Video heute auch so ein bisschen ausgerichtet. Ich möchte mich zum einen bei euch natürlich bedanken und zum anderen euch anstoßen und bitten, mir doch einfach noch mehr Informationen und Feedback und vor allen Dingen Ideen und Anstöße für die kommenden Videos und für das kommende Jahr zu geben. Schreibt mir hier in die Kommentare, was ihr euch wünscht, welche Themen ihr gerne abgehandelt hättet, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Ja, alles, was ihr euch vorstellt und wünscht, haut es hier in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Feedback. Und damit ihr die ganze Sache natürlich nicht umsonst tut, verspreche ich euch natürlich zum einen, dass die Anregungen so gut es geht umgesetzt werden. Und ich werde auch eine kleine Verlosung unter allen Kommentaren und allen Anregungen hier unter dem Video machen. Als Hauptpreis gibt es ganz klar ein I Love Road Racing Paket. Wie so oft der Gewinner oder die Gewinnerin gibt es in Männer- und in Frauengrößen, bekommt einmal das neue graue I Love Road Racing T-Shirt. Dann gibt es unsere weiße, ich hoffe man kann es erkennen, eine I Love Road Racing Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern, den neuen I Love Road Racing Button. Ich hoffe es wird scharf, könnt ihr das sehen? Ich hoffe ihr könnt es sehen. Genau, den neuen Button und ein Aufkleber-Set natürlich noch dazu. Das ist der erste Preis, müssen wir dann nur sagen, welche Größe. Zweiter Preis, damit sich das auch weiterhin lohnt, gibt es ein Bikes, Bikes, Bikes und Bier-T-Shirt. Und als dritten Preis, dadurch, dass ich dieses Jahr viel in Richtung MotoGP gemacht habe, gibt es ein Michelin MotoGP Fan Pack mit MotoGP Schlüsselanhänger, einem Halsdruck zum Motorradfahren, einem Bad Shoulder, einem Original, Michelin Ohrstöpsel, wie nennt man das, Döschen, genau, und einen Michelin Turmbeutel Rucksack für die Turmbeutelvergessung. Genau, das sind die drei Hauptpreise. Ich habe noch jede Menge weitere Kleinigkeiten, die gibt es dann so als Großpreise noch dazu. Also haut fleißig hier in die Kommentare, sagt mir, was ihr euch wünscht, was verbesserungswürdig wäre, was ihr gern als Themen in den nächsten Monaten und Videos behandelt möchtet. Und bis dahin danke ich euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit wie immer. Freue mich über ein Abo und ein Like für Video und Kanal, gerne auch auf Facebook. und wünsche euch einen guten Rutsch und hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr. Ach ja, und ganz wichtig, ein Sendeschluss für die Kommentare ist der 15. Januar. Bis dahin dürft ihr reinhauen und danach gibt es die Verlosung. Bis dann, ciao.